recht herzlich willkommen zur 107 folge von city skylines wir wollen uns heute den busverkehr oder sowas oder nahverkehr auf den nahverkehr anschauen und gucken was da ist hier unten haben wir zum beispiel festgestellt ist ja noch gar nichts und da sollten wir vielleicht mal was dran tun woher im bus depot hinsetzen könnte man machen nur wohin das ist die frage spielt das eine rolle wo eigentlich weniger eigentlich sehr hier würde ich sagen wir kommen auch kleine autobahn dran da geht es leider nicht hin dann bauen wir es auf die seite alles ist gut so bus haltestellen sondern bauen ja ja frau langfahrene wir machen hier eine bus haltestelle hinfahren dann dort rüber und da eine kommen dann nicht wieder dahin oder wie ist das ach so jetzt glaube einwandstraße genau wenn ich jetzt da eine hinsetze fährt er da auch lang gut ich sagen machen wir da noch eine bus haltestelle hin und danach machen wir hier eine hin die erfreuen sich der beliebtheit dieser bus haltestelle und da lang und schließen dort so alle glücklich bus depot und da gibt es auch ein bus bahnhof vielleicht soll man sowas auch mal bauen wird noch gar nicht gebaut bist du mal erstmal reingucken weil hier noch und sie bemühen ist jetzt nicht so von nöten glaube wie sieht es denn hier unten aus auch schon alles angebunden sieht doch relativ gut aus hier hinten fehlt es hier oben auch und hier hinten ist was auch gebaut hier ist eigentlich alles okay da ist irgendwas zum verschieben wir fahren busse hier fährt ein bus da fährt auch ein bus bus ist alles gut was ist ja auch hier warte mal irgendwo war doch hier auch eisen waren wo ich hab die pause die ganze zeit und lassen wir doch mal laufen hier ist eisenmann eisenmann kreuz in dem sinne für die eisenmann da lang und auch weg hier wäre vielleicht eine ganz interessante geschichte was zu machen dass man bahnhof hat und dann auch so der geht natürlich nicht dahin da muss man straße wahrscheinlich als erstes bauen nach sechs spur der spraße mit bus machen wir da mal hin und die geht wohin das ist die frage ne dann will ich das da nicht machen dann mache ich das lieber nach hier wenn aber wo bindet die wieder an das ist die frage hier ist eine schlechte stelle dafür hier haben wir ja schon zugverbindungen gebaut obwohl sie hinten ja auch noch sinnig wäre aber dann nicht so eine große straße machen das ganze mal hier da sieht man so ein bisschen dass das da hoch umgeht ne und da macht das dann keinen sinn das bedeutet wir müssen doch hier hin oder ne macht keinen sinn das so das mal so machen hier geht die straße rein ich glaube das ist jetzt parallel zu dem bahnhof lass uns da mal eine geschwungene weitermachen machen wir mal so so und so passt so wie schick sieht das denn aus richtig schick ist nur eine busspur oder was ich glaube ja da ist gar keine normale straße naja und vierspur der straßen mit busspur ne da können sie auch noch daneben herfahren ok und wo ist die vierte spur außen oder wo naja wir werden sehen so jetzt den busbahn oder den busbahnhof den Zug da erstmal hin der geht jetzt nämlich der muss aber ziemlich weit nach dort und den können wir auch so als Söcke ne machen wir nicht so machen wir da hin und der busbahnhof den wir ja auch hier haben den sitzen wir gleich gegenüber hin so wo strom und wasser fehlt da jetzt Wasser haben wir dann angelegt und jetzt noch strom dazu da können wir aber auch da drüben einfach ein paar häuslein bauen machen wir hier so dann kommen die da schon gleich und dann klappt das auch mit dem strom oder da so jetzt brauchen wir noch gleise so strom ist da mal in den geschwungenen stil irgendwie klappt das immer so super schön mit diesen Sachen ne da raste dann gleich ein na komm egal geht halt nicht anders so und andere Seite machen wir mal so passt so das haben wir auch Taxis gibt es auch Taxidepot wo das wird sich hier gut ausmachen gerade ne Taxistand da ist ein Taxistand und da sollten wir hier auch einen Taxistand haben muss das abgerissen werden das geht nicht warte mal warte mal wo war der noch hier dieser kreuzung an irgendeiner kreuzung war noch was zu bauen ohne hier war es machen wir da einen Taxistand hin hier rüber können wir auch noch einen Taxistand machen oder auch nicht hier ist doch warte mal hier war irgendwo auch das Krankenhaus beim Krankenhaus ein Taxistand das ist top hier ist U-Bahn Taxistand gut hier hinten war noch irgendwie eine Oper oder was kommt auch ein Taxistand hin ich weiß nicht ob die da überhaupt alle hinfahren aber wahrscheinlich ist das so lassen wir erstmal so gut Fluchhafen können wir auch schon bauen ok zurzeit ist grad nicht so toll 75.000 da halten wir uns irgendwie immer dran oder gut so jetzt müssen wir eine Zuglinie machen und zwar hier hin und dann hier hin das ist ein Dingens ne kein kein so ein Güterbahnhof das auch und dann sind wir kein Bahnhof glaube das heißt dann schließen wir die Runde da hinten wieder hin ne wo war der wo war der hier unten so dann fahren die zu guten Züge da jetzt auch hin gut haben wir den haben wir ja auch ne aber warte mal was sagt uns das denn erstmal immer da drauf klicken keiner ok das bedeutet wir müssen da wahrscheinlich die Buslinie dann von da aus starten ok geht dann da auch da machen wir keine hin hier machen wir noch eine hin und hier machen wir eine hin hier machen wir noch eine hin und hier machen wir eine hin so da wird dann umgedreht ne das will ich dann nicht das ist hier irgendwo schon so eine Linie da ist er da hier muss doch irgendwo eine Stelle sein wo die Einwunden auch steigen ha wahrscheinlich nicht ne so wie das aussieht fehlt es hier das heißt da muss erstmal eine hin da auch da auch wo waren wir jetzt da jetzt gibt es keine Verbindung hier runter oder was ne ok das ist aber doof warte dann nehmen wir die wieder weg fahren hier lang hm nutzen die noch mit da noch mit und fahren hier wieder runter hm fahren da lang da lang und kommen da wieder an gut riesenbuslinie aber muss man auch mal einen fernbus haben ne so und dann wäre es ja so dass man hier sagen könnte wir machen noch einen fahren mit dem hier raus können da einsteigen fahren hier lang und dann fahren wir hier lang fahren wir dann weiter lang hier hinten noch dazu hier hin hier gibt es bestimmt irgendwo eine Bushaltestelle oder da ist er vor da lang und da lang dort lang da lang ist hier noch irgendwo ne Bushaltestelle ja da im Kreisverkehr und fahren dann irgendwie wieder zurück, na aber wie? da lang ja, warte mal, dann lass uns hier hin nochmal einmal irgendwo anhalten da hatten wir gerade eine dann setzen wir hier hin, mal eine hin ich weiß nicht warum da angehalten werden soll, aber ist jetzt auch nicht so wild setzen hier noch eine hin und kommen dann hier wieder zurück gut, lass mal so aber ich seh schon, hier sind schon wieder Müllplätze die man wieder bewegen müssen gut, dann haben wir die zwei große Buslinien gemacht haben hier das ein bisschen erschlossen da fehlen Arbeiter müssen wir uns nächstes Mal hier ein bisschen drum kümmern wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Kommerz, den können wir hier noch ansiedeln und auch Wohngebiete machen, das müssen wir gucken, wo wir das dann machen ich denke hier am Wasser in der Nähe vom Wasser können wir noch was machen müssen wir dann schauen, okay dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann, tschüss Und dann